Diese Woche wird etwas Unglaubliches mit dem Riesensterm Betalgeuze geschehen. Die Astronomen sind sich dazu 100% sicher und ihr könnt es vielleicht beobachten. Kein Witz, Leute. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, was mit diesem Supernova-Kandidaten nun geschieht. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Denn dadurch kriegen wir den Algorithmus dazu, dieses spannende Thema noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute und herzlich willkommen. Diese Woche wird es ernst, Leute. Das ist vermutlich eine einzigartige Chance innerhalb unserer Lebenszeit. Aber bevor wir uns dem aktuellen Ereignis widmen, sollten wir erstmal klären, was am Betalgeuze eigentlich so besonders und spektakulär ist. Betalgeuze ist ein Superlativ in vielerlei Hinsicht. Seine Größe verschlägt selbst den größten Plappermäulchen unter euch die Sprache. Es handelt sich nämlich um einen sogenannten roten Überriesen, was bedeutet, dass er am Ende seines Lebenszyklus steht und bereits einen Großteil seines nuklearen Brennstoffs verbraucht hat. Sein Durchmesser ist etwa der tausendfache des Durchmessers unserer Sonne. Das bedeutet, dass wenn man Betalgeuze im Zentrum unseres Sonnensystems platzieren würde, was ich hier für euch mal dargestellt habe, dann würde sein Rand bis zum Asteroidengürtel reichen und die Erde sowie die inneren Planeten wären verschlungen. Alles würde in stellaren Flammen aufgehen und wir wären tot. Zum Glück passiert das nicht, aber es ist faszinierend darüber nachzudenken, insbesondere weil die Größe von Betalgeuze sich auch in seiner Helligkeit widerspiegelt. Mit einer scheinbaren Helligkeit von etwa 0,5 Magnituden ist er einer der hellsten Sterne am Himmel. Das macht ihn leicht sichtbar, selbst in städtischen Gebieten mit viel Lichtverschmutzung, so wie in Mingeheimatstadt Kölle. Damit trägt Betalgeuze wesentlich zur unverkennbaren Silhouette von Orion bei, einem der bekanntesten Sternbilder am Himmel. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Orion schon mal am echten Nachthimmel entdeckt habt und ob man bei euch in der Gegend gut die Sterne sehen kann oder ob ihr auch so geplagt seid von Lichtverschmutzung. Und Betalgeuze ist nicht nur wegen seiner Größe so besonders, sondern auch, weil er so nah an uns dran ist. Er ist nur etwa 650 bis 750 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ganz genau weiß man es nicht. Man kann also sagen, dass er in unserer kosmischen Nachbarschaft um die Ecke wohnt. So als hättet ihr einen riesigen, dicken Nachbarn, dessen Wampe so hell leuchtet, dass ihr sie nachts immer im Nachbarhaus sehen könnt. Oder so ähnlich. Naja, diese Nähe zu uns hat es den Astronomen jedenfalls ermöglicht, ihn intensiv zu studieren und viele faszinierende Erkenntnisse über Sterne im Allgemeinen zu gewinnen. Und diese Nähe wird uns auch diese Woche eine spektakuläre Möglichkeit bieten. Aber dazu gleich mehr, nachdem ich euch ganz kurz zeige, wie ihr so viel Energie wie ein roter Riese bekommen könnt mit meinem Lieblingsgetränk Holy Energy. Früher habe ich mir vor Videodrehs immer ungesunde Energydrinks mit Zucker reingezogen. Heute trinke ich Holy. Das macht mich angenehm wach und enthält keinen Zucker, kein Taurin und keine künstlichen Zusatzstoffe. Und bald ist ja auch Weihnachten und mich hat Holy bisher sehr gut durch die Adventszeit gebracht. Ich war gerade in Norwegen und nach einer langen Wanderung durch den arktischen Schnee ist eine Portion Baked Applebore aus meinem Shaker genau das Richtige. Dieser Flavor ist eine limitierte Weihnachtsedition und schmeckt richtig gut winterlich nach Bratapfel. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Genauso wie die limitierte Eistee-Sorte Winterpunch. Und ihr werdet es kaum glauben, Leute, aber heute ist für euch quasi schon Weihnachten. Denn mit meinem speziellen Link, weareholy.com.astroteam.xmas, bekommt ihr auf das Xmas Starter Set galaktische 40% Rabatt. In dem Set bekommt ihr eine 14er Probierbox für Iced Tea, eine 14er Probierbox für die Energy Flavor und einen stylischen Holy Shaker. Und mit meinem Code ASTRO5 spart ihr zusätzlich nochmal 5 Euro. Das ist nicht nur eine super Möglichkeit für euch, endlich auf gesündere Energydrinks umzusteigen, sondern es ist auch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Falls ihr Leute kennt, die Energy und Softdrinks mögen und ich kenne viele von solchen Leuten, dann habt ihr jetzt das perfekte Geschenk mit dem Xmas Starter Set. Holt es euch mit meinem Link und nun voller Energie zurück zum Riesenstern Betalgoize. Betalgoize ist ein roter Überriese, wie wir ja schon wissen, also ein Sterntyp, der sich in einem späten Stadium seines Zyklus befindet. In diesem Stadium hat der Stern den Großteil seines Wasserstoffbrennstoffs in seinem Kern verbraucht und beginnt nun schwerere Elemente zu produzieren. Helium, Kohlenstoff und so weiter. Diese Elemente werden im Inneren des Sterns fusioniert und erzeugen enorme Energiemengen, die den Stern aufblähen und seine äußeren Schichten irgendwann in den Weltraum schleudern. Im Prinzip wie bei älteren Menschen. Nach einem langen Leben haben sie all ihre Energievorräte verbraucht und explodieren. Okay, Rentner explodieren überhaupt nicht. Vergesst den Vergleich. Dieser Prozess am Ende eines Sternenlebens ist dynamisch und unregelmäßig. Was bedeutet, dass Sterne wie Betalgoize natürliche Helligkeitsschwankungen aufweisen können. Aber die Helligkeitsschwankungen, die Wissenschaftler in den letzten Jahren bei Betalgoize gemessen und gesehen haben, die waren alles andere als im normalen Rahmen. 2019 erlebte Betalgoize eine wirklich drastische Verdunkelung. Der Stern verlor abrupt an Helligkeiten, der reichte den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten. Das war so auffällig, dass Astronomen sich fragten, ob dies ein Vorzeichen für eine bevorstehende Supernova-Explosion sein könnte. Aber Betalgoizes Helligkeit normalisierte sich dann wieder und dieses Jahr ist sie dann sogar massiv angestiegen und erreichte teilweise 140% ihrer normalen Stärke. Die Spekulationen sind nun also wieder am Hochkochen und die Faszination ist absolut gerechtfertigt, denn die Betalgoize Supernova sähe von der Erde absolut spektakulär aus, wie ihr in dieser Animationen seht. Es würde wie ein gerättes Licht am Himmel erscheinen, heller als der Vollmond und sogar tagsüber zu sehen sein. Und das nicht nur einen Tag lang, sondern über mehrere Wochen. Da werden jetzt einige Schlauberger von euch sagen, wenn wir das sehen, ist die Supernova aber schon lange vorbei. Absolut richtig. Wir sehen nichts am Sternenhimmel live, sondern immer so, wie es aussah, als das Licht sich zu uns auf den Weg gemacht hat. Wenn wir also heute die Supernova sehen sollten, dann ist sie schon 650 bis 750 Jahre her. Wann es genau geschehen, beziehungsweise hier sichtbar sein wird, weiß niemand genau. Aber das exzentrische Verhalten von Betalgoize deutet stark darauf hin, dass es zumindest in kosmischen Maßstäben kurz bevor steht. Mit etwas Glück erleben wir es also noch. Umso aufregender ist es, was diese Woche passieren wird. Genau genommen morgen. Am 12. Dezember. Es wird zu einer Okkultation kommen. Hat das irgendwas mit Exorzismus zu tun? Nein, das hat nichts mit okkulten Praktiken zu tun. Eine Okkultation tritt auf, wenn ein Objekt einen anderen Himmelskörper von unserem Sichtfeld aus vorübergehend verdeckt. Und am 12. Dezember wird der Asteroid 319 Leona Betalgoize vorübergehend verdecken. Der Asteroid wird vor Betalgoize vorüberziehen und für einige Sekunden das Licht des Sterns blockieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine kleinere Version einer Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vorübergehend verdeckt, wodurch eine Verdunkelung am Himmel entsteht. Der Asteroid ist natürlich viel kleiner als Betalgoize, aber weil er so viel näher an uns dran ist, kann er den Riesen verdunkeln. Und jetzt wird es richtig spektakulär. Was dieses Ereignis so besonders macht, ist die Tatsache, dass der Asteroid 319 Leona die perfekte Größe besitzt, um eine sogenannte Ring-of-Fire-Okkultation zu erzeugen. Das bedeutet, dass der Asteroid das hellste Licht von Betalgoize blockieren wird, aber einige seiner schwächeren Merkmale werden immer noch durchscheinen. Das bietet Astronomen die Gelegenheit, bestimmte Details und Eigenschaften von Betalgoize perfekt zu studieren, die normalerweise schwer zu beobachten sind. Die ganze Bedeckung wird nur 5 bis 10 Sekunden dauern. Aber für die geschickten Augen der Astronomen reicht das schon, um Informationen über die Oberfläche und die Temperaturverteilung von Betalgoize zu sammeln, die wiederum wichtige Hinweise auf die inneren Prozesse des Sterns liefern können. Während der Okkultation könnten Astronomen Veränderungen der Helligkeit des Sterns in Echtzeit beobachten und vielleicht Zusammenhänge zwischen diesen Schwankungen und stellaren Prozessen wie Gasausbrüchen oder Massenverlust durch Protuberanzen aufdecken. Gerade dadurch, dass der helle innere Bereich verdeckt ist, die äußeren Schichten aber nicht, ist das eine absolut einmalige Gelegenheit, um mehr über die explosiven Aktivitäten herauszufinden. Betalgoize ist zum Beispiel für seine ausgeprägten konvektiven Zellen bekannt, die warmes Material von der Innenseite des Sterns an die Oberfläche transportieren. Das nun im Detail zu studieren, könnte uns eine präzise Auskunft darüber geben, wie lange Betalgoize noch hat, bis er als Supernova endet. Aber ich höre schon einige von euch aufgeregt fragen. Ich will das sehen! Kann ich das sehen? Das wird leider etwas Mühe erfordern. Um das Ereignis zu sehen, muss man sich als Beobachter innerhalb eines schmalen Pfads von etwa 60 Kilometern Breite befinden, der sich von Südeuropa über die Türkei, Griechenland, Süditalien, Südspanien und Portugal erstreckt. Dann wird der Pfad den Atlantik überqueren und die südlichste Spitze von Südflorida erreichen. Die genaue Sichtbarkeit kann auf der Website der International Occultation Timing Association überprüft werden. Das habe ich euch natürlich unten verlinkt. Ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich ja immer lange Teile des Jahres auf Sizilien lebe, aber gerade bin ich leider nicht da. Für diejenigen, denen es auch so geht wie mir und die gerade nicht in der Nähe des Pfads der Bedeckung leben oder die Möglichkeit haben, vor Ort zu beobachten, wird das Virtual Telescope Project das Ereignis ab dem 12. Dezember um 2 Uhr nachts deutscher Zeit live streamen. Auch den Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Ich werde euch dann natürlich über die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, auf dem Laufenden halten und ob wir dann wissen, wann die Supernova geschieht. Das geht aber nur, wenn ihr meinem Kanal folgt. Aus den YouTube-Statistiken weiß ich, dass über die Hälfte der Zuschauer meinem Kanal nicht folgt. Falls jemand von euch zuschaut und noch nicht abonniert hat, würde ich mich galaktisch freuen. Wenn ihr das nachholt, es ist absolut kostenlos, mir hilft das total und ihr verpasst keine galaktischen Videos mehr. Also Leute, alle mal fleißig auf den Abo-Knopf drücken. Vielen Dank. Die Erde wird übrigens an Dauern von hochenergetischer Strahlung aus dem Kosmos getroffen, nicht nur von Supernovae. Und nun ist den Wissenschaftlern ein kosmisches Teilchen ins Netz gegangen, das absolut unerklärlich ist. Das Amaterasu-Teilchen scheint einen unerklärlichen Ursprung zu haben und macht die Forscher sprachlos. Alles zu dieser irren Geschichte erfahrt ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen und euch oder anderen zu Weihnachten mit dem Holy X-Mas-Set beschenken wollt, dann vergesst nicht auf den Link des Sponsors Holy zu klicken. Damit unterstützt ihr meine Arbeit sehr. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.